ein bisschen müde bin ich kann ich natürlich nutzen um mir ein schraubendreher zu basteln so dann essen wir mal wieder was und düsen weiter wir düsen weiter und dann korrigieren wir vielleicht jetzt mal diese stufe dahinten so 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 also einmal schraubendreher auf die treppe und dann drehen drehen und drehen so nein natürlich nicht weil da soll dann ja stein hin so also den ganzen stein hier den können wir dann ja natürlich auch weg machen so inklusive der erde also hier ist die stufe dann kommt da stein rein dass da muss dann auch weg das muss weg und das muss weg und dann kommt da eigentlich auch eine stufe hin so zack also noch mal schraubendreher okay gut na gut dann muss da er denn da komme ich nicht drum rum und da muss dann auch er denn und da und da und da und okay da 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 und da so da da und da so also du kommst wieder raus und nee also erstmal tragen wir denke ich mal die erde ab und zwar bis hier so und sagt so mit schaufel oder erde geht es nicht wirklich schneller also zumindest nicht mit dieser stein schaufel insofern können wir das ruhig schon mit der hand machen immer diese heckmeck da kann er rein so hier rum geht es dann geht es hier wieder hoch so dann können wir eigentlich wirklich diesen kompletten auf diesem ganzen wo kann man diese komplette dingen wegziehen so so dann machen wir eben mal hier diese die diagonal graberei vielleicht geht es ein bisschen fixer so und da sind wir eigentlich schon auf diesem pflaster grab auf welchem hier eben sind so gut wir graben die erde halt weg und graben und graben und graben und graben so so und dann haben wir hoffentlich vielleicht ein bisschen mehr erde zumindest als vorher und schauen dann mal wie wir damit umgehen dann schauen wir auch mal wie wir mit dem stein umgehen weil da ist ja auch noch welche der dann nicht ganz so ansehnlich ist so da hinten geht es weiter zack zack ok so dann machen wir erstmal den steinhaufen weg genau wie gesagt ich möchte ja eben eine wiese haben und nicht diesen blanken stein der da ewig rum liegt deswegen müssen wir den spaß hier natürlich auch mit erde auffüllen obwohl wir den ganzen spaß natürlich machen um an die erde zu kommen nicht um erde aufzufüllen so und hier müssen wir das natürlich auch machen aber dazu sammeln wir vielleicht erst mal wieder die erde hier ein so sammeln wir hier erst mal weiter bevor wir da die erde groß einlegen weil da hinten ist es ja eh noch ein bisschen anders hoffe ich zumindest so und da kann schon wieder erde rein gut 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 so zack 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 so gut also hier muss ich dann jetzt eben wieder schwuppen du sehr gut so zack 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 z ak alte diagonal technik zack 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 und dann kommt das hier auch noch wieder weg so also nee da soll keine erinnern da soll er denn da soll er denn da soll er denn da soll er denn da 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 und da so wunderbar können wir hier noch ein bisschen voll erden dann können wir hier noch ein bisschen abtragen noch ein bisschen voll erden da noch ein bisschen abtragen dann noch ein bisschen voll erden da noch ein bisschen abtragen und abtragen und abtragen und dann voll erden 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 und voll erden voll erden voll erden voll erden voll erden voll Zack, zack, zack. Kann ich den Spaß hier noch abtragen? Voll, voll, voll. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack und zack. So, zack und zack und zack. Und zack, 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 vielleicht auch noch zack und voll. Jo, gut. Also wie gesagt, die Reihen hier kann ich auch noch voll machen. Ich hoffe einfach, dass ich genug Erde habe. Pam, 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 pam. Du kannst weg. Ne, du musst eigentlich bleiben. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack Pam 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 anderen Seite gibt es natürlich Erde. So, bam, 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 bam So, schon wieder düster, schon wieder düster, deswegen nutzen wir natürlich die Gelegenheit und Sagen. Sagen. Mann, war das ein Schlaf. So, da war ich gerade auf der Suche nach ein bisschen sinnigem Essen. Da ist auch noch ein Törchen. Dann, so, ich denke, zack, zack, so, ich denke, wir gehen jetzt erstmal dazu über, ja, dazu brauche ich natürlich dich und dich und zack und zack. So, wir legen mal den Weg ein bisschen anders als er vorher lag. Vielleicht. Obwohl, ja, gut möglich, zack, zack, zack. Dann kannst du mal hier weg. Kannst du mal da weg. Zack, 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 zack. Okay. Machen wir dich mal weg. Drei. Eins, zwei, drei. Und so weiter und sofort. Tralalala. So, die beiden kommen raus. Du kommst natürlich auch weg. Und zack, zack und zack. Genau. Und so weiter und funktionieren. Oh, das mach? Vielen Dank.